Mit unseren Experten, Insidern und der Redaktion schicken wir den FC St. Pauli nach 14 Jahren von der Reeperbahn in die Bundesliga-Bahn. Ich bin Kessem, euer Liga-Insider und heute sage ich einfach nur, alle braun-weiß. Let's a go! Kessem am Mike, klick mal auf Like. Bist du der Babo? Klick mal auf Abo. Teil 1, Rückblick. Und wir starten rein mit dem Rückblick und St. Pauli geht hoch als Zweitligameister. Und analog zu Kiel haue ich hier jetzt keine Stats raus, denn die bedeuten quasi nichts im Oberhaus. Aber wir schauen uns trotzdem mal an, was lief denn gut unter dem alten Trainer, müssen wir hier noch sagen. Ja, in Hamburg sagt man Tschüss, Fabian Hürzeler. Er war der Heilsbringer der Paulianer. Ein ganz bodenständiger und klarer Typ ausgebildet. In München nennt er immer gerne Mehmet Scholl und Birovka, von denen er schwärmt. Und beim FC St. Pauli hat einfach vorne bis hinten alles gepasst. In der KMD-Episode, wo er auch zu Gast war, schwärmte er vom Brighton-Fußball. Sagt er auch immer, dass er sich da mal vor Ort hat blicken lassen, sich die Spiele auch angeschaut hat. Ja, jetzt hat er sich da den Traum erfüllt, ist jetzt dorthin gewechselt. Und wir schauen uns an, was denn so seine Maßgaben waren. Also seine Devise war, jeden Tag ein Prozent besser werden. Das hat er den Spielern verklickert. Mindset war da ein ganz wichtiges Thema. An den Spielern arbeiten, weg vom Zweifel und hin zu der Orientierung. Und da auch analytisch angegangen, was lief denn schlecht und was lief gut. Und strahlte so eine freundschaftliche Autorität aus. Also hatte diese freundschaftliche Basis mit den Spielern, das war sehr wichtig. Aber natürlich auch die Härte durch die harten Entscheidungen, Vertrauen und Wertschätzung waren da ganz wichtige Komponenten. Und taktisch war es das 3-4-2-1, aber auch das 3-4-3. Das wurde je nachdem immer mal verändert. Arbeitete mit Unberechenbarkeit und Pressing-Power im Diego-Simeone-Style. Unberechenbar. Was war unberechenbar beim FC St. Pauli? Die Spieleröffnung. Also da war man ganz variabel aufgestellt. Man hatte mal einen Chip-Ball, mal durch das Zentrum eröffnet, mal über die Außen. Da konnte sich der Gegner immer schwer drauf einstellen. Und das war auch so ein bisschen der Gameplan von Fabian Hürzler. Und dann auch die Pressing-Power. Also das Hinterherjagen des Balles, gerade nach Ballverlust. Das war auch ein Merkmal der Paulianer in der letzten Saison. Und ich war auch am Trainingsgelände und habe mir das dann auch immer mal im Real Life nochmal angeschaut. Na klar, auch im Stadion. Und im Trainingsgelände hast du auch gesehen, dass die Spieler nach Defensivaktion haben sie quasi auch einfach gefeiert wie ein Tor. Und deswegen war das auch, ja, so ein bisschen diese Komponente auch Spaß. Aber auch so diese, dass man halt diesen Defensiv-Fight auch nutzt und den halt auch zelebriert. Das war ein ganz cooles Mittel dort. Dann haben wir Eric Smith, der wurde ausgebildet zum modernen Libero, war tatsächlich weniger im Spielaufbau. Eingebettet, kam dann mehr eher als Quarterback und Zweikampfmonster, wenn es dann ernst wurde im hinteren Drittel. Dann haben wir noch die Komponente Ballbesitz. Die war auch King, der Spielkontrolle in der zweiten Liga. Ich bringe hier auch Hauke Wahl und Karol Metz ins Spiel. Die verfügen über die beste Passquote. Hauke Wahl auf Platz 2 der Liga und Karol Metz auf Platz 5 ligaweit. Das waren die Anspiel-Boys, Anspiel-Jungs. Ein sehr dominantes Spiel. Das wird sich natürlich jetzt verändern im Oberhaus. Das wird nochmal schwieriger. Und wir gehen jetzt auch mal ein Level weiter und zwar mit Teil 2 Kaderanalyse. Yes, Sir. Und da sind wir in der Kaderanalyse hier Teil 2. Das ist hier mein Spielfeld. Und Robert Wagner haben wir direkt mal als Neuzugang eingestellt hier. Der kommt vom SC Freiburg. Ist da geliehen, war letzte Saison ebenfalls verliehen. An Gräuter führt. Hat eine starke Zweitligasaison gespielt. Gilt als kompromissloser Zweikämpfer und ist ebenfalls sehr lautstark auf die Komponente. Kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Er gehörte zu den besten Zentrumspielern in der 2. Liga. Und er könnte ein ganz großer Gewinn sein für den FC St. Pauli. Gerade auch im Bereich Balleroberung ist er ein ganz wichtiger Mann. Dann haben wir die 2. Und tatsächlich, ich habe es nochmal nachgeschaut. Er ist der jüngere Bruder, wir kennen ihn alle, von Joshua Gilavogi. Und das ist Morgan Gilavogi. Der kommt als guineischer Nationalspieler. Ist für den Doppelsturm vorgesehen. Kommt vom Arcelance aus der Ligue 1. Seine Stärken sind auf jeden Fall die Chancenkreation. Da ist er ganz stark. Hat die meisten Chancen kreiert in der Ligue 2 im vorletzten Jahr. Hat er da beim Paris FC gespielt. Da kam er sehr viel zum Einsatz. Und hat da einfach auch sehr gute Stats geliefert. Dazu mehr in der Top 11. Er ist sehr variabel. Hat eine gute Positionierung im Torraum. Hat da viele Szenen. Kommt auch über eine gute Körpergröße. 1,89. Könnte so ein Wandstürmer werden. Ist auch etwas, was der Neutrainer sehr gern mag. So ein Wandstürmer. Eventuell ist er da der Mann. Zudem ist er auf den ersten Metern sehr schnell. Ist auch sehr beweglich. Und hat seine größte Stärke im Pressingverhalten. Das hat St. Pauli letzte Saison gelebt. Und das kann ich vielleicht auch vorwegnehmen. Das lebt auch der Neutrainer. Von daher könnte er ein ganz guter Fit sein fürs Pauli-Spiel. Wir gehen weiter. Und zwar zum dritten Neuzugang. Der kommt vom Brandford. Das ist Finn Stevens. 21 Jahre jung. Rund eine Million Ablöse. Und er kommt aus der englischen 2. Liga. Hat da in der U21 von Wales auch schon gekickt. Und ist Rechtsverteidiger. Kommt für den Konkurrenzkampf mit Saliakas. Generell der, auf jeden Fall einer der Leader. Kann da ein bisschen Druck ausüben. Ist erstmal für die Breite vorgesehen. Seine Statistiken sehen aber ganz gut aus. Und ja, ist erstmal Backup. Aber macht auf jeden Fall Druck auf Saliakas. Dann haben wir natürlich rausgegangen. Ist Fabian Hürzeler. Das ist natürlich hart für den FC St. Pauli. Gerade im Rückblick habe ich es auch angeschnitten. Und er nimmt auch, er spielt gerne Phase 10. Und er hat auch seine Phase 10, hat er quasi mitgenommen. Die Nummer 10 vom Kiez-Club. Marcel Hartel, den lockt es in die USA. St. Louis City ist er hingewechselt. Bester Spieler der vergangenen Zweitliga-Saison. Das habe ich euch hier auch nochmal mitgebracht. Er war der Motor des Aufstiegs. War der absolute Anführer. Co-Kapitän hinter Jackson Irvine. Wir hatten seinen ultimativen Scoring-Wert. Den muss ich hier liefern. Meisten Assists der 2. Liga. 36 Torbeteiligungen in 37 Spielen. In seinen Pflichtspieleinsätzen. Wettbewerbsübergreifend. Dann haben wir jedes Spiel quasi einen Scorer. Das sind eigentlich Statistiken eines Top-Stürmers. Aber auch er hat die als Mittelfeldspieler einfach mal auf die Bühne gezaubert. Und er war der Unterschiedsspieler. Hat natürlich auch noch dann jeden Standard genommen. Ecken, Freistöße und natürlich auch die Elfmeter. Und hat auch noch, also das ist eigentlich Wahnsinn, der war auch noch das Laufmonster der 2. Liga. 414 Kilometer haben wir uns da notiert. Ja. Und er war nicht nur laufstark, sondern er war auch lautstark. Er war da so ein richtiger Leader, der dann auch mal ein paar Oktaven höher angesetzt hat. Da könnte halt Wagner auch ein guter Fit sein, der da auch auf jeden Fall mit so einer Mentalität ins Spiel kommt. Dann haben wir auch ebenfalls out ist 18-jähriges Talent. Silva Morera ist ein Potenzialspieler auf der Außenbahn. Der ist für 1,5 Millionen nach England gewechselt. Das ist gutes Geld für den Kiez-Club. Kommt nämlich aus der eigenen Jugend. Wurde beim FC St. Pauli ausgebildet. Hat U17 und U19 hier beim FC St. Pauli gespielt. Und verfügte da auch über gute Tor- und Assist-Werte. Ja, der macht den nächsten Step und geht nach England. Dann haben wir Ayosha Kemmlein. Der kam natürlich durch die Abwesenheit von Jackson Irvine. Kam er zum Zuge. Der war nämlich bei den Socceroos zum Jahresbeginn. Und genau, Ayosha Kemmlein war quasi Zentrumspieler Nummer 3 hinter Irvine und Hartel. Kam dann aber auch zu einigen Einsätzen und hat das schon sehr stabil gemacht. War der dritte Mann dort. Und anhand der Abgänge, den hätte ich schon gerne behalten. Also das, der hätte St. Pauli jetzt sicherlich gut getan, weil jetzt im Mittelfeldzentrum ein bisschen Kader dünne herrscht. Dazu auch nochmal gleich mehr in der Top-11. Gerüchte. Kaspar Tenkstedt von Benfica Lissabon. Der Name kreiste mal Mitte des Monats umher. Ist aber nicht heiß. Generell hatten wir jetzt eben nochmal das Mittelfeldzentrum als Schwachpunkt nochmal jetzt hier kurz genannt. in der Kaderanalyse. Da muss der FC St. Pauli nochmal nachlegen. Blessin generell, aber zu ihm kommen wir gleich. Aber er hat in Belgien trainiert. Er hat in Italien trainiert. Und er hat das RB-Netzwerk. Also er ist auf jeden Fall einer, der da gut vernetzt ist. Und er könnte eventuell den ein oder anderen Spieler noch ins Team zaubern. Wir sind im Talentschuppen. Und wir hatten ihn eben schon angesprochen. Finn Stevens, FC Brantford, habe ich gesagt, war dann an Oxford United ausgeliehen in der englischen 3. Liga. Ja, hat auf jeden Fall Entwicklungspotenzial und bringt Qualitäten mit. Müssen wir mal sehen, was er für Spielzeit bekommt. Aha, okay. Und ganz spannend ist auch der junge Mann hier. Und das ist Erik Ahlstrand. Das ist ein Spieler fürs offensive Mittelfeld. Kam im Winter aus Schweden für 650.000. Unklar die Spielzeit unter Neutrainer. Sehr starke technische Anlagen. Über die verfügt er gerade auch am ehesten jetzt für den Hartel-Ersatz. Eventuell würde er dafür auch in Frage kommen. Dürfte unter Blessin aber im Zentrum erst mal als Ergänzungsspieler durchlaufen. Denn der Trainer setzt im Mittelfeld auf defensive Kompaktheit und Pressing. Und wer das ist, das schauen wir uns jetzt mal an. Teil 3, Trainer und Vorbereitung. Ja, wir haben ihn schon ein bisschen angerissen. Für mich ist er der wichtigste Transfer der Paulianer. So hart der Abgang von Hürzela war, so wichtig ist Alexander Blessin für die Kiezkicker. Und ich habe mir nochmal die Antrittspk angeschaut. Zusammen mit Geschäftsleiter Sport. Andreas Bornemann saß da. Sehr, sehr locker. Sehr, sehr cool. Ein cooles Interview auch gegeben. Und er kommt vom belgischen Meister Saint-Gelois. Ist da der Meistertrainer. Und kommt mit diesem positiven Schwung. Hätte jetzt auch Champions League Quali spielen können. Und nimmt aber hier eine neue Herausforderung an. Und das finde ich ganz, ganz spannend. Kennt auch schon den ein oder anderen Co-Trainer Peter Nemeth. Den kennt er und das passt. Ich will eine ganz wichtige Sache sagen. Und er war nämlich bei KVOs Ende 2019, 2020 im Amt. Und die waren abstiegsbedroht. Die waren nämlich auf Platz 15. Und die hat er übernommen. Und dann hat er sie stabilisiert und auf Platz 5 gecoacht. Dann im Folgejahr. Und hier haben wir so ein ähnliches Szenario. Auch der FC St. Pauli. Nehmen wir mal als Aufsteiger. Dass sie abstiegsbedroht sind. Deswegen haben wir hier so eine kleine Analogie, die ich ganz spannend finde. Er ist nämlich dann ein Trainer, der sich nämlich genau mit sowas auskennt. Haben wir auch nochmal den Quervergleich mit Bo Svensson bei Union Berlin. Finde ich, ist auch so eine ähnliche Note, die wir da haben. Bornemann hat hier wirklich gutes Auge gezeigt. Und Contra K hat mal gesagt, Gewinner sind aufs Gewinn fokussiert. Blessin ist ein Gewinner. Und steht für eine Art Fußball-Idee, die zum Melanthor passt. Gute Softskills bringt er mit. Spricht viele Sprachen, unter anderem Italienisch, Englisch. Und das passt dann auch für die Integration der Spieler. Gerade hier Stevens haben wir von Brentford angebracht. Ja, System wird wahrscheinlich ein bisschen neu. Trainer Blessin hat eine andere Herangehensweise. Hat bei Sanjeloa das 3-5-2 ausgepackt. Anstelle des 3-4-3, respektive 3-4-2-1, was St. Pauli letzte Saison gespielt hat. Hier könnten die Flügelspieler umfunktioniert werden, beziehungsweise auch rausrücken. Wir haben Afolajan und Zard da direkt im Blick. Afolajan haben wir dazu gleich in der Top-11. Kleiner Teaser. Dafür kommt eine Position im Mittelfeldzentrum dazu. Da haben wir ja auch schon mal die Kaderdünne schon ein bisschen angebracht. Hier wird es dann spannend sein, wie er im Endeffekt dann spielt. Ob dann mit 5 Mittelfeldspielern oder dann doch zurückgreift auf 4 Spieler im Mittelfeld und dann 3 Offensive. Er hat aber gesagt, Zitat, dass er es liebt, mit 2 Stürmern zu spielen. Von daher ist es noch nicht in Stein gemeißelt, aber es geht schon mal in diese Tendenz. Bei Saint-Geloa will ich euch auch noch mal zeigen. Da hat er auch mal mit 2 Sechsern und 2 Zehnern agiert. Also kennt er auch diese offensive Spielweise. Er sagt aber auch, er möchte die besten Spieler auf dem Platz haben. Deswegen haben wir mal hier die Spieler über dem System. Und das Coole ist hier, die Spielweise, die ist ähnlich zu Fabian Hürzeler. Auch er setzt auf möglichst frühes und permanentes Stören im Spielaufbau. Also hier auch das Pressing auf jeden Fall zu nennen. Ein aggressives Spiel auch im Gegenpressing. Ist die RB-Schule durchgelaufen. Auch da wird ja dieser Stil auch verkörpert. Hat nämlich 8 Jahre dort Trainererfahrung auch gesammelt. Und ja, hat diese Pressing-Note, die er mitbringt. Dadurch ist das Team auch höher positioniert. Und das könnte aber auch wieder dann für Anfälligkeiten, gerade beim tiefen Ball des Gegners führen, wenn man zu hoch steht. Oder auch für Kontersituationen. Das sind dann noch mal klare Schwachpunkte. Deswegen muss hier das Umschalten gut funktionieren. Und die Umschaltmomente müssen da gut gesetzt werden. Entsprechend auch das Tempo an den Tag gelegt werden. Letztes Jahr haben wir auch gesagt, war es Ballbesitz, Fußball. Das müssen wir ein bisschen verändern, hat er gesagt. Von daher Blessing auf jeden Fall auf der Hut. Es ist auch wichtig zu betonen, dass er das Team nicht ganz umkrempeln will. Sondern er möchte einfach seinen Stil reinbringen. Aber er möchte es auch so ausrichten, dass man die Klasse hält. Das hat er auch schon als klares Saisonziel auf jeden Fall angebracht. Und ich gehe jetzt noch mal ganz kurz in den Testspiel-Check. Da haben wir nämlich ein Learning. Conor Metcalf, das ist der Gewinner bisher der Vorbereitung, wird da eingesetzt neben Wagner, ist da die feste Säule und tritt tatsächlich auch die Standards. Ecken wie Freistöße. Daher könnte er ein ganz, ganz wichtiger Spieler für die Kiezkicker werden. In der letzten Saison kam er noch nicht als fester Stammspieler zum Zug. Aber gerade in der Rückrunde hat er viele Spiele von Anfang an gemacht und war da schon ein richtig guter Mann. Tatsächlich da aber eher über Außen, also Rechtsaußen vor allen Dingen. Kommt aber eigentlich auch als Achter und könnte ihm hier die Spielweise beziehungsweise das Zurückrücken, könnte ihm hier zugutekommen. Ansonsten vielleicht noch mal hier ganz kurz gebracht. Olympique Lyon im Testspiel auch geschlagen. Generell sehen wir aber noch so die Spielsysteme und so dieses Einstudieren der neuen Mechanismen. Da gibt es noch Abstimmungsprobleme und deswegen, da läuft noch nicht alles rund. Gab auch schon eine Testspiel-Niederlage gegen Kreuter für 3-1 da. Von daher, da läuft noch nicht alles top. Und während Metcalf ein Gewinner ist der Systemumstellung, könnte er hier, Elias Saad, ein Verlierer sein. Denn seine Position, linker Offensivflügel, fällt voraussichtlich weg. Denn das wird dann durch die Schiene abgedeckt über Troy oder Ritzker. Dann ist Saad eventuell noch ein Mann für den Doppelsturm. Sollte Blessin wirklich auf zwei Stürmer setzen. Ja, bleibt weiter fraglich. Da aber erstmal haben wir Saad ihn als Rausrücker. Kesse, mein lieber, grüß dich. Hat St. Pauli auch eine Top-11? Teil 4, Top-11. Nice. Und dann kommen wir zur Top-11 in Teil 4 natürlich. Über die Formation haben wir eben alles gesagt. Also das 3-5-2 ist schon mal favorisiert. Könnte aber alternativ auch wirklich das 3-4-3 kommen. Wir haben im Ohr, er möchte die besten Spieler auf dem Platz stellen. Über Tor und Abwehr müssen wir eigentlich nicht großartig reden. Hier sind die Plätze klar verteilt. Nikola Vasil ist safe. Der hat jetzt drei Zweitligasaisons auf dem Buckel. Und es ist jetzt sein erstes Bundesliga-Jahr. Auch da ganz spannend, wie er sich macht. Davor stellt sich die Abwehr von selbst auf. Da haben wir Hauke Wahl, Eric Smeet und Karol Metz. Ganz etabliert. Smeet ist der Mann in der Zentrale. Den hatten wir ja auch schon als modernen Libero im Rückblick. Verfügt über ein gutes Passspiel. Und ist enorm wichtig für den Spielaufbau. Und dann kommen Hauke Wahl und Karol Metz. Die auch sehr ballsicher sind. Auch da über gute Passquoten. In der Top 5 letztes Jahr rangierten in der Zweitliga-Saison. Ja, und alle drei sind auch ganz gute Zweikämpfer. Da sehe ich aber Smeet und Karol Metz auf jeden Fall über Hauke Wahl. Und bei Hauke Wahl ist noch der Nachteil Tempo. Deswegen sehen wir Metz und Smeet noch einen Tick sicherer als Hauke Wahl. Deswegen, ja, könnte er eventuell auch im Laufe der Zeit vielleicht mal rausrücken. Aktuell sind sie aber das eingespielte Trio auch aus der Aufstiegssaison. Und deswegen gehen wir mit den drei Jungs. Dann haben wir ein ganz interessanter Mann, auch Ziegala. Der war letztes Jahr quasi der vierte Mann für die Defense. Kam immer mal rein, wenn einer der Spieler nicht konnte, gesperrt oder verletzt war. Der ist sehr flexibel einsetzbar, ist rechtsfuß, kann aber auch auf der linken Seite agieren. Gegen Lyon ist er auf rechts gestartet, traf auch im Testspiel in Fürth. Und dann tasten wir uns mal nach vorne auf die Schiene. Und da haben wir rechts Manolis Saliacas, einer der Leistungsträger in den letzten Jahren beim FC St. Pauli. Er ist safe auf rechts. Und über links haben wir Philipp Treu. Das sind beides absolute Stammspieler. Beide waren jetzt aber auch verletzt. Treu hatte jetzt kürzlich erst sein Comeback gefeiert. Saliacas dagegen ist immer noch raus, hat die Vorbereitung bisher verletzungsbedingt verpasst. Wenn beide fit sind, sehen wir sie als Nummer 1 auf der Position in der Top 11. Dann haben wir aber auch noch Stevens. Den haben wir auch schon genannt in der Kaderanalyse. Der könnte im Laufe der Saison richtig Druck ausüben auf Saliacas. Wir haben auch noch Ritzka als Backup von Treu. Der hat das letzte Saison auch richtig gut gemacht. Kam da auch zu 29 Einsätzen. 16 Mal sogar Startelf. Und auch zu zwei Toren. Im Zentrum ist Kapitän Irvine auf jeden Fall gesetzt. Jackson Irvine. Und das trifft auch auf Robert Wagner. Zu Irvine da nochmal der Sechser. Also er ist nochmal mit den drei Abwehrgliedern nochmal mehr vernetzt. Wagner über die acht genauso wie Metcalf, der jetzt in den Testspielen auch schon die Standards übernimmt. Also allein deswegen ist er schon ein ganz wichtiger Part des Teams und hat da schon eine neue Rolle eingenommen. Bleibt es beim 3-5-2. Sehen wir auf jeden Fall diese drei Jungs hier im Zentrum. Wie ich sie hier auch habe. Und dann beim 3-4-3. Ja, da kommen dann wieder neue Positionsspiele. Da wäre aber auch denkbar, dass Metcalf nach rechts rausrückt. Also auf die rechte Außenbahn. Das hat er letzte Saison auch schon für St. Pauli gespielt. Das wäre dann nochmal eine Option. Alternativ tatsächlich auch hier Elia Saad. Der könnte auch da den Flügelspieler abgeben. Ziehe ich euch ja auch nochmal rein. Das wären dann beides, ja, Positionen, die man hier tauschen könnte. Mittelfeldzentrum ist generell sehr dünn besetzt. Wir bringen hier auch nochmal aus dem Talentschuppen Aalstrand aufs Parkett. Der hat nämlich auch gegen Olympique Lyon gespielt. Kam da rein. Zusammen mit Marvin Schmitz. Den habe ich jetzt hier nicht drin. Der hat aber den Siegtreffer gelandet. Kommt aus der U17 und U19 ist er aktuell beim FC St. Pauli. 17 Jahre jung. Also ein ganz, ganz frischer und heißer Mann. Ich würde denken, der sammelt noch ein bisschen Spielpraxis in der eigenen Jugend. Aber Blessin zeigt auf jeden Fall schon mal, dass er den gerne auch mal aus der Kiste zaubert. Und finde ich schon mal ganz spannend hier die Entwicklung. Ob Marvin Schmitz dann ja fester Bestandteil oder auch Rotationsspieler werden kann. Und das sei erstmal dahingestellt. Wir kommen zum Sturm. Und ja, sagt mir mal, schreibt mir mal in die Kommentare, wann FC St. Pauli denn mal so einen richtig geilen, heftigen Stoßstürmer hatte. Das ist lange, lange her. Das ist immer eine ganz vakante Position beim FC St. Pauli. Wir haben aus der Aufstiegssaison natürlich jetzt erstmal in unserer Top-Elf Afolajan und Eggestein. Sie haben beide jeweils neun Tore beigesteuert. Eggestein kommt dann sogar noch mit fünf Assists. Und Afolajan hat drei Assists auch noch beigesteuert. Beigesteuert, das sind erstmal so unsere Jungs. Aber ich sag auch ganz ehrlich hier, der Positionskampf im Sturm ist ganz, ganz offen. Wir haben Neuzugang Morgan Gilavogi. Den hatten wir schon in der Kaderanalyse drin. Der macht mächtig Druck, genauso wie Elia Saad. Wer das beste Bundesliga-Profil mitbringt, das bleibt ganz, ganz offen und ganz spannend. Wir haben auf jeden Fall nochmal Gilavogi. Den möchte ich nämlich jetzt hier nochmal mit ein paar Stats versehen. Der hat in seinen vor zwei Jahren in der Ligue 2 in 32 Spielen 15 Tore und zwei Assists beigesteuert. Und wir müssen das ja so vergleichen, weil Afolajan und Eggestein kommen gerade auch erstmal über ihre Zweitliga-Stats. Deswegen ist hier die Bundesliga-Luft für viele, viele neu. Und ich sage, Gilavogi könnte noch ein richtiger Stil werden, gerade auch für Manager-Spiele, wenn der sich dann reinspielt. Gerade ein Kick-Base-Wert von 5,5 Millionen ist ein ganz, ganz spannender Spieler. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ganz eine hohe Wichtigkeit ist natürlich auch, Marcel Hartel geht. Das heißt, viele, viele Tore werden sich hier umverteilen. Und da wird jetzt ganz spannend zu sehen sein, wer geht nach vorne, wer nimmt sich eventuell auch die Elfer, wer kommt in dieses Scoring-Profil von Hartel. Und damit kommen wir zu den Standardschützen. Da haben wir ja schon eben gerade mal angeteasert, das ist Connor Metcalf, wird die Ecken und die Freistöße schießen. Und Jackson Irvine, vermuten vielleicht da auch viele, den sehe ich mehr in der Box. Hat nämlich einen richtig guten Kopfball und könnte da auch zu einigen Torerfolgen kommen. Und vorne Elfmeter, das ist eine ganz spannende Position. Nagelt mich hier bitte nicht fest auf den Elfmeterschützen. Ich gehe aber davon aus, dass Eric Smeet als Co-Kapitän sich da auch die Verantwortung nehmen könnte. Er hat auch den 1. Elfmeter im Elfmeterschießen gegen Fortuna Düsseldorf genommen. Er wäre ein Schütze. Sicherlich auch Jackson Irvine und Connor Metcalf sind hier in dem Bereich auch zu nennen. Und damit schauen wir uns mal weiter an, gegen wen geht es denn los für den FC St. Pauli. Das erste Spiel, das ist das Wichtigste, das weiß die gesamte Reeperbahn, da kommt nämlich Heidenheim und die musst du zu Hause schlagen. Da höre ich schon, niemand siegt am Millern-Tor. Dann haben wir Union Berlin auswärts, auch das kann man gewinnen. Da würde ich jetzt trotzdem mal von der Niederlage ausgehen. Dann aber auch doppel auswärts, auch das könnte ein bisschen tricky werden, ein bisschen doll. FC Augsburg, aber da sehe ich die aktuell geschwächt. Ich locke hier mal mit Wohlwollen auch einen Dreier ein, dann sind wir schon bei sechs Punkten. Dann RB, auch in Leipzig sagt man Tschüss, da sehe ich keine Punkte. Und Freiburg zu Hause, auch da kann man easy einen Punkt holen, wenn nicht sogar drei. Dann würde ich sagen, mit sieben Punkten aus den ersten fünf Spielen gehst du ins Bundesliga-Mittelfeld. Und damit gehen wir mal weiter zu Teil 6, Fazit und Prognose. Mut macht mir auf jeden Fall der Meistertrainer aus Belgien. Zudem auch die stabile Abwehrkette um Smeet, Wahl und Metz. Und davor positioniert der Kapitän Irvine, der das Ganze nochmal versiegelt mit einer guten Zweikampfhärte. Der geht voran und ist für mich da das Bindeglied. Und dann haben wir Euphorie, Festung, Millern-Tor. Wer mal im Stadion war, weiß, was da los ist. Auch gerade nach einem Gegentreffer gibt es da direkt den Anfeuerungstrotzruf. Letzte Saison stärkstes Heimteam auch gewesen in der zweiten Liga. Lediglich eine Niederlage daheim. Dann habe ich noch die Downer hier, die Problemzone. Das ist natürlich der Hartel-Abgang. Wie kompensiert man das? Das wird auf jeden Fall ganz spannend zu sehen sein. Wenige wirkliche Topspieler im Team. Auch das ist vielleicht ein Bundesliga-Downgrade. Knipser. Kein Knipser-Fragezeichen. Kann sich hier vielleicht einer zum Knipser entwickeln. Auch das ist noch eine offene Problemzone. Und damit gehen wir weiter zum Rating. Die Top-11, so ehrlich muss ich sein, auch wenn ich hier die Pauli-Fahne im Herz trage. Zwei Sterne. Großteil der Mannschaft hat keine Bundesliga-Erfahrung. Das Team kommt über die Eingespieltheit und über das Kollektiv. Trainer sehe ich einen Top-Fit. Habe ich hier mal mit vier Sternen. Kader generell ist mir noch zu dünn. Gerade im Mittelfeld, wenn da ein bis zwei Spieler mal ausfallen sollten, sehe ich hier noch nicht den Superplan B. Von daher muss hier auch noch was kommen. Da sehe ich zwei Sterne. Verein generell ist euphorisiert. Wir haben die Heimfestung. Nach 14 Jahren endlich wieder Bundesliga für den FC St. Pauli mit dem Ziel Klassenerhalt. Da gebe ich vier Sterne. Und wir kommen dann raus auf zweieinhalb Sterne. Und der FC St. Pauli schafft den Klassenerhalt mit Platz 14. Und damit kommen wir zu meinem Gamechanger. Und das ist der Anführer Jackson Irvine. Er ist der Kapitän des Teams. Und er bringt eine ganz gute Rohpunktebox ins Pauli-Spiel. Schusserzeugende Dinge sehe ich da. Die kann er. Und die werden jetzt noch mehr gefragt sein. Gerade im Hinblick auf den Hartel-Abgang. Dazu haben wir die progressiven Pässe. Da ist er top. Wir haben die Klärung. Und auch im Kopfball ist er ein absoluter Superspieler. Zu guter Letzt habe ich noch bei euch mitgebracht 77 Mal für die Socceroos gespielt. Also die australische Nationalmannschaft. Und damit hat er auch ein absolutes Bundesliga-Profil. Weil der auch schon in der Nationalmannschaft für Furore gesorgt hat. Ihr braucht noch mehr heiße Kick-Bass-Picks in den Shownotes. Da haben wir wieder unsere Insider-Picks-Redaktion. Und aus der Community für Kick-Bass sind ein paar heiße Spieler dabei. Ja, ich weiß, der ein oder andere wird jetzt sagen, das ist ja auch ein Pauli-Fan. Natürlich sagt er, dass die nicht absteigen. Ich glaube das wirklich, auch als neutraler Beobachter. Ich glaube, der Blessin passt sehr gut, wenn jetzt da das Kollektiv greift. Und auch der ein oder andere Stürmer sich jetzt mal in Szene setzt. Das gibt es immer. Es gibt immer eine Überraschungsmannschaft aus Liga 2. Und für mich ist das der FC St. Pauli. Und wenn ihr noch Bock habt auf vielleicht ein paar Überraschungsmannschaften für diese Saison, checkt mal den Team-Check. Von Werder Bremen hatten wir gestern drin. Und wir haben auch schon einen Team-Check gemacht. Zum Beispiel zu Holstein Kiel. Die habe ich hier. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schicken Tag. Und sage Tschüss!